ein halloween klumpen und willkommen zu meinem kleinen halloween special heute abend wird wahrscheinlich nach 5 nights at freddy's gestreamt und ja wollte einfach mal die spüße testen weil das rauskam als ich halloween im play store gesucht habe und was macht man hier jetzt emote dann ein neues kind spiel anscheinend auch nicht so viele leute nehme ich gerade auf ja ok das ist immer so meine größte angst bei diesem recorder weil mein speicher wird langsam knapp ok das ist ungefähr die störung von wo ist denn mein kumpel ach so er ist tot in der scar ohne sniper rifle also das spiel gefällt mir ist super ich hoffe er hört alles über mein headset dingsbums mikro ansonsten wird es wie in einer älteren aufnahme und ihr wird die ganze zeit so ein rauschen hören herr wo kann ich doch was so ja oh ne werbung ok bis gleich obwohl wieso bis gleich hier leg jump wollte ich schon mal spielen und wahrscheinlich auch in dem video meine ersten eindrücke zeigen mann ich will flaggensammlung anschauen oh mein klein hat einen kleinen krieg gestartet oh mein klein hat einen kleinen krieg gestartet das stream ich dann wahrscheinlich gleich auf twitch ich verlinke euch einfach mal mal machen mann wir heute gleich mal purchase mann 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 Vielen Dank. Oder ist das mein Teammate? Ja doch, das müsste mein Teammate sein. Äh, ich nehm dann mal ne Shotgun. Oh, die Zone kommt! Das ist in jedem Spiel geil. Zone, 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 Zone. Ich nehm mal wieder die Scar. Ja, lol. Fünf Teams übrig, Junge. Hübscher Sieg-Easter. Okay, wenig ist uns das 3D-Sound aktiviert. Gesnapet werden kann man hier ja recht schwer. Es sind welche drin? Was ist es? Ja. BOOM! wieso schreit das war easy gut gespielt kämpfer ich weiß nicht in diesem spielen epischer sieg was besonderes also auf jeden fall fehlt es mir gerade genauso leicht wie in fordner etwas das ist zwar noch etwas leichter weil die meisten halt nicht so gut sind aber habe ich noch eine mode wo dies dauerhafte rauschen dann hallo das brav für youtube oh ne die ist inky winky und der skin da ist erst next level ich gehe vor allem das reviven ist ultra geil im gegensatz zu fordner als ob ich jetzt solo gegen squad spielen muss also ich kann schlagen ist das ein rpg so eine taktik lei also nämlich die shotgun im bildschirm klebt auch so ekelhaft und es liegt aber das finde ich ja sogar okay oh ne ska Warum kann man hier eigentlich kein Squad spielen? Etwa, weil gefühlt nur 20 Leute pro Match da sind. Ähm, ja. Das ist komisch. Ah, schade. Oh, Medikit. Also, Ski-Hike-Lons fahren sollte bestimmt ziemlich einfach sein. Bereich schrumpft auch jetzt. Also. Okay. 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 Jetzt liegt es nur noch an... Schade. Die Sounds sind gar nicht unpassend im Hintergrund. Wir okay? Schreibt mal weitere Mobile Games in die Kommentare. Und dann verabschiede ich mich auch schon. Ciao!